Wie geht es das Baby? Oh, das ist nicht mein Sohn, das ist dann nicht das... Oh, sie hat ein Baby gekriegt? Ja. Vor wie lange Zeit? Vor zwei Monaten? Er ist jetzt zwei Monate. Zwei Monate? Ja. Und sagt er schon was? Spricht er schon? Ja, natürlich. Was sagt er? Er sagt, aber, 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 aber. Ja, ich habe sowas gehört, dass ich schon mit...